Da läuft er der Scherge. In Borderlands Folge ist das jetzt Folge 80. Könnte fast hinkommen. Den Rekorder soll man nehmen? Nee. Nelly's Echo. Ich nehm ihn mal auf. Ich muss loswerden. Gar kommt von Lynchwood, um sie mir abzukaufen. Der Idiot hat ja keine Ahnung. Er hat die Geschichten von dem Fluch nie geglaubt. Oh Mann, der wird sein blaues Wunder erleben. Jetzt müssen wir zu Gar. Im Gegensatz zu seinem Bruder Ro. Ach, das ist auch da in dem Gebiet. Okay, gut. Nee, das ist dann im nächsten Gebiet. Ich bin total gespannt, was die verfluchte Waffe ist. Das ist halt auch wieder irgendwas, wonach es nicht klingt. Eine, die von Ashley Burch synchronisiert wird. Die, wo jedes Geräusch halt so ein... Sie jedes Schießgeräusch macht. So Piu, 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 piu. Und halt wahnsinnig, wenn man die verwendet. Ich lade noch schnell hier, wir müssen da dann weiter, aber ich lade hier noch schnell die Quest ein. Dann wissen wir wenigstens was zu tun haben. Ja, indem wir den an die Wand drücken. Hallo! Wir haben einen Jungen getötet, die Hodangs haben einen Hinterwäldler geschickt, damit er meinem Pieter zu unserem Geldversteck folgt und dann haben sie ihn abgeschlachtet wie ein Tier. Er hat nie einem was getan. Darauf gibt's nur eine Antwort. Du musst ihre Wohnwagen niederbrennen, am besten nach Sonnenuntergang. Ich will ihr zuhause am mitternächtlichen Himmel brennen sehen. Los, geh! Diese Schweine, wer macht denn sowas? Wir machen jetzt aber trotzdem erstmal die andere Geschichte, oder? Mir ist das wurscht, bevor wir da wieder zurück. Obwohl in Lynchwood ist eine ganze Menge los. Wir könnten... Ach, dann machen wir doch... Schieben wir das schnell dazwischen, bevor wir uns weiter auf die Suche nach der Bane-Waffe machen. Ja. Weil, äh, das scheint eine kleine Geschichte zu sein, die man mal eben schnell dazwischen machen kann. Hä? Gab's hier schon immer so eine Sandverwehung? Sicher zum ersten Mal. Hm. Wir sind sonst auch immer übel beschossen worden. Wir hatten keine Zeit zu gucken. Für die malerische Landschaft. Ja, das ist ja hier wieder die Rennstrecke. Oder? Hm. Das ist ein bisschen weiter hinten. Das ist nicht ganz... Ich glaube, ich muss hier außen rum. Ich bin auch nicht ganz sicher. Ist das jetzt schon falsch? Ja, ja. Total falsch. Ja, total. Ja, zur Rennstrecke halt einfach. Na gut, wenn das so einfach ist. Da dauert der große Reifen. Öffne die Benzintanks und schieß mit einer Feuerwaffe drauf. Das erscheint vielleicht... Sollen wir das eigentlich bei Nacht machen für mehr... Wir können ja jetzt nicht... Ist hier aber nicht irgendwie als Bonus-Ziel eingeblendet. Du hast nur die falsche Mission gerade an. Gerade Ebenstern trifft bei Nacht eins. Das haben wir schon verkackt. Also ist jetzt schon... Jetzt schon die Superbelohnung vorbei. Achso, das haben wir schon falsch gemacht. Ja, genau. Beschießt den Tank jetzt mit einer Feuerwaffe. Normale Kugeln würden abbrechen. Eine Feuerwaffe, ja... Geil. Guck mal, was ich habe. Habe ich was? Das ist es nicht. Ach doch, er hat mir eine gegeben. Verdammt! Ach, was war ich denn? Erstmal alle Tasten falsch gedrückt. Sieh hier. Ach, die ist es. Sieht gut aus. Ich bereue nichts. Wer in den Krieg zieht, will gewinnen. Das heißt, man muss bereit sein, Dinge zu tun, die der Gegner nicht tun würde. Auch wenn man dafür läuten... Was zum Teufel ist denn los da draußen? Ganz schön fies, was der hier für eine Racheaktion startet. Ohohohohohohoho. Gute Arbeit, Kammer Jürgen. Zurück zu Steve. Das war's schon? Hm. Ja, bei Nacht hätte das besser ausgesehen. Hier ist was dran. Ja. Ich fahr. Wo fahren wir hin? Dann wieder die Mission wieder abgeben. Wo ist das denn? Achso, bei dem, wo wir vorhin schon standen. Ich bin jetzt dummerweise hinten auf der Ladefläche aufgestiegen. Ja, das ist gut. Dann schießt wenigstens auch jemand, der's kann. Ich schaue mal, wo du hin musst. Ich schaue mal, wo du hin musst. Ah ja, gut. Das passt. Man kann echt nicht weiter raussuchen. Das ist total blöd. Aber man kann natürlich auch nicht gleichzeitig fahren und in eine andere Richtung schießen. Aber ich glaube, du bist halbwegs richtig. Im Kopf. Aber eben nur halbwegs. Hüpf. Wie was? Den Weg soll ich jetzt zu Fuß gehen? Pass bloß auf, du. Hallo. 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 So, ich darf mir zwei Waffen aussuchen, die beide scheiße sind. Vor ein paar Jahren hat ein Ex-Houdank meinen Sohn Lucky getötet. Wir halten bald unsere jährliche Trauerfeier für ihn ab. Es wäre mir eine Ehre, wenn du dabei wärst. Jetzt habe ich wieder diesen blöden Raketenwerfer ausgewählt. Warte mal, ich tausche jetzt dem gegen. Wir brauchen einen Killer. Und zwar jetzt. So. Ist hier noch irgendwie... Wie hieß das Gebiet? Das ist der Dust. Irgendwo ist auch eine Questmarkierung. Die haben hier voll fies den Banditen an den Automaten gebunden. Traurig, traurig. Aber... Sollen wir den noch schnell machen, den Clan-Krieg? Ja. Schau mal, die haben hier voll fies den Banditen an den Automaten gebunden. Ach, das ist ja gemein. Gar nicht mehr so gesund. Dann holen wir uns mal hier die Clan-Krieg-Mission ab. Ich lad kurz nach. Vielleicht können wir uns dann das... Hat sich das Gebiet dann auch langsam erledigt? Weil so viel mehr kann ja hier bald nicht sein. Der Clan-Krieg ist ja schon vollkommen eskaliert. Da hinten ist noch irgendein... Ne. Du hast die falsche... Ich hab die falsche Quest angewählt. Ja, da ist jetzt auch momentan keine... Äh... Keine Quest. Wir müssen uns die jetzt erst abholen. Ach so. Also jetzt kommt quasi die Rache-Aktion von den anderen. Jetzt hat sich auch irgendwie... Gerade bei mir zumindest eben... Hatte sich ganz kurz die... Ja, weil ich die Hubschrauber abgeschlossen habe. ...Banditen-Quest eingeschaltet. Weil ich den Hubschrauber getroffen habe... Und dabei Panditen gestorben sind. Sehr gut. Ah! So. Jetzt sollen wir hier was machen. Ach, hier ist der... Banjo-Hodunk. Banjo-Hodunk. Ach so, weil die waren ja... Stimmt, sie und die Ellie waren ja früher Hodunks. Hans hat es ja gesagt. Also Moxie und Ellie. Was ist... Warum kommt denn hier eigentlich so viel Dampf raus? Nein! Was denn? Wo bist du denn da? Das hier ist aber keine... Das haben wir angezündet, oder? Das haben wir angezündet, genau. Das haben wir angezündet, genau. Ich dachte, das wäre gerade eine Anspielung auf das Wohnmobil von Breaking Bad. Was da so rausdampft. Nieder... Meth... Ähm... Kochen. Ja, nach Sanctuary brauchen wir jetzt nicht zurückkehren. Wir wollen jetzt nach Lynchwood. The Bane. Ob das... Wahrscheinlich ist das eine Waffe, die man ganz schwer versteht. Das ist halt nur... Das ist ein Badman. Ach ja. Das ist halt echt so geil. Letztens auf Englisch gesehen und die Hälfte der Sachen, die er erzählt, einfach nicht verstanden. Wir reden von dem... Ah! Genau, wir reden von Dark Knight Rises, wo man Bane nicht versteht. Beziehungsweise die Version, die ins Kino kam, ist ja schon nochmal nachsynchronisiert. Und trotzdem versteht man Bane total schlecht. Na hier. Ach, das ist hier drinnen. Lynchwood. Na dann. Aha. Da fährt man mit Zug hin. Das ist ein Zug, oder? Das ist der Zug-Lynchwood. Boah, wie geil ist die Waffe, die ich hier gerade habe. Die seht ihr jetzt nicht. Ha! Ich habe sie gesehen. Waren wir das schon mal? Nö. Ist das der Bahnhof, wo wir die Mad Moxie-Geschichte gemacht haben? Jeff Winger ist von Community. Michi. Michi hat hier gerade audio-mäßig was gehört, was bei uns komischerweise nicht abgespielt wurde. Also bei mir. Das war eine Durchsage. Deputy Winger sucht Leute, die sagen können, wo die Kammerjäger sind. Ah, okay. Hier ist eine Story-Quest. Die nehme ich mal an. Mach mal. Züge sind dazu da, zerstört zu werden. Jeden Tag schickt der Sheriff von Lynchwood alles Iridium, das sie aus der Mine geholt hat, zu Jack. Damit ist heute Schluss. Du wirst den Zug in die Luft jagen, mit dem sie das Zeug transportiert. Begib dich zum Abbruchlager. Cool. Und die Bank sprengen. Es gibt drei Dinge, auf die ich scharf bin. Erstens den Sheriff bekämpfen. Zweitens Sachen in die Luft jagen. Drittens Kohle machen. Die Bank des Sheriffs hoch zu jagen wäre also ein Traum. Begib dich zur Bank und check den Laden mal aus. Das ist ein komplett neues Gebiet hier, oder? Sieht so aus. Cool. So richtig Westernstadt. Und hier ist die Bank. Da können wir gleich mal reingehen, wenn wir schon... Du bist in der Nähe der Kammer. Versuch sie zu öffnen. Wenn wir uns schon die nächste Mission aufgehalst haben. Das letzte Mal, dass ich in einer Westernstadt war. Also ich bin ja, ich komme ja aus dem Ort Poing, dem Ort, der lange Zeit nur bekannt war für seine Westernstadt No Name City. Entschuldigung, aber du hast mir letztens erzählt, dass der Ort für was anderes nur bekannt ist. Historisch leider ganz traurig. Naja, das ist wieder... Das hat auch einige sehr verabscheuungswürdige NS-Verbrechen gegeben. Aber ich meine etwas Fröhliches, wofür der Ort bekannt ist. Nämlich die Westernstadt No Name City. Ähm... Die ist aber irgendwann pleite gegangen. Weil... Wer geht denn heutzutage noch in die Westernstadt? Und dann haben irgendwie Menschen, die mit der Organisation davon zu tun haben, anderswo eine neue Westernstadt aufgemacht. Und das ist Pullman City. Das kennt man vielleicht. Das ist auch so ein Western-Vergnügungspark-Dings. Und meine Erinnerung an Pullman City war, dass mir in der Bank von Pullman City... die halt so ein bisschen eingerichtet ist wie so eine alte Bank mit Tresorraum und so. Und so Gitterstäben überall. Da steht aber ein moderner Geldautomat drin. Und in diesen modernen Geldautomaten habe ich meine sehr marode EC-Karte reingesteckt, die dann im Geldautomaten in der Mitte durchgebrochen ist. Und hinter mir waren halt ungefähr 100 Leute in der Schlange zum Geldautomaten. Ich bin dann einfach unauffällig weggegangen. Ja, der Geldautomat war kaputt. Stimme ist, Pullman City sagt sowas nicht der Polizei, sondern schickt halt so eigene Ranger, die dann solche Verbrechen ermitteln. Also ich lebe in stetiger Angst dafür, von Cowboys erschossen zu werden. So, ich gehe jetzt mal hier zur Bank und schaue, ob ich die aufbekomme. Mist. Ich wusste, dass es nicht so einfach sein würde. Diese Wand besteht anscheinend aus Polykrethen, das sich nur bei Kontakt mit Skaggalle auflöst. Ich habe eine Idee. Wir brauchen eine Bombe, die mit Skaggalle eingeschmiert ist. Das wird jetzt vielleicht verrückt klingen, aber vertrau mir. Treib etwas Abführmittel auf. Oh Gott. Das geht so dermaßen nach hinten los. Aber wie komme ich da hoch? Kann ich da irgendwie rüberspringen von irgendwo? Nee. Hä? Hast du eine Ahnung, wie man da hochkommt? Mit Grunde. Gerade etwas. Oh, ich bin zu Boden gegangen. Willst du den erledigen? Sehr gut. Wo meinst du, kommt man hoch? Da rauf? Na hier so. Na da, wo das nächste Missionsziel ist. Na hier so rum. Ih, sagt er. Ich erst. Überall die Hirnstückchen kleben. Hier so. Wo ist er denn? Hier so. Wenn du den Weg gefunden hast, sag mal Bescheid. Ich kümmere mich dabei schnell um die Bescheid. Muss ich mal drücken? Moment. Moment. Hier ist. Apfelmittelmarke Arschputzer. Leicht rein, locker raus. Wenn ein Skag das frisst, muss er kotzen. Skag benutzen für Nahrungsaufnahme und Ausscheidung die gleiche Körperöffnung. No. Boah. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ja, ja. Na gut, dann steck's mal ein. Wenn du da irgendwie hochgekommen bist. Ich steck mir das ganz sicher nicht rein. Also wirklich von einem Dach zum nächsten gesprungen oder wie? Warte mal. Komm ich dir mal hinterher? Ich nehm jetzt mal mit. Jetzt wo du das Abführmittel hast, brauchst du nur noch Sprengstoff. Das war wohl der coolste Satz, den ich gesagt habe. Egal. Ein Bandit namens Maddog sollte in der Gegend sein. Der Mistkerl hat meine Slabs immer mit Dynamik beworfen, wenn sie in die Stadt kamen. Töte ihn und schnapp dir seine Knallfrösche. Maddog. Oh, da oben. Lang. Hier hinten lang, oder? Durch den Canyon. Ja. Das ist weit weg. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ja, schon ein Eckchen. Wer schießt? Hier hinten sind welche aus dem Haus rausgekommen. Was hab ich denn hier für ne dämliche Waffe mitgenommen? Ist totaler Quatsch. Moment. Moment mal. Hab ich eigentlich mal einen Punkt? Ne. Hm, was haben wir denn hier? Das ist ein Alphas-Gag, deswegen war der so stark. 10 Schuss, 27 Schuss. Das war ein kleines Gag. Ach, nehm ich doch die, die sieht doch ganz nett aus. So, passt schon. Ob das hier auch nochmal ein Gebiet ist, wo man storymäßig reinkommt? Das wäre ganz schön groß, hier einfach nochmal so ein Teil reinzusetzen. Fahrstuhl hoch. Ah, ich glaub der Fahrstuhl fährt schon. Ne, jetzt. Jetzt aber. Speicherpunkt Death Row Refinery Was gibt's denn hier? Das sind diese Rattentypen wieder Du kannst dir aus dem Lager einen Bombenwagen besorgen Schließe die Tür am Ende des Gleises Bevor die Bombe sie erreicht Das ist ja geil Wie ist das mit diesem kleinen Bombenwagen? Ich glaube den habe ich gerade losgeschickt Als ich den Generator angemacht habe Du hast die Weichen nicht schnell genug umgerichtet Du musst den Wagen auf das tote Gleis reichen Nee, die nehmen wir nicht Wir müssen irgendwelche Weichen umstellen Aber wie? Das ist eine Scheißwaffe Das auch scheinbar So schreckt quasi gar nicht Das ist alles ganz schön So viele sind ja hier gar nicht mehr Aber wo sind denn die Weichen Die man stellen kann? Hier ist irgendein Schalter Tür schließen Ich schicke mal nochmal so einen Wagen los Und gucke mal wo der so lang fährt So Wenn er jetzt kommt Dann drücke ich jetzt hier auf Tür schließen Jetzt müsste er dagegen fahren Oder? Ja genau Geil Gesundheit Danke Beflucht, du bist echt stark Schaff das Ding zu dem stillgelegten Eisenbahngreis Und bring es auf Kollisionskurs mit dem Ireniumzug der Sheriffs Sind wir immer noch an der, an der, äh, an der Bankenmission drin? Ja, ja Das ist der Sprengstoff, den wir gebraucht haben Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch das Abführmittel irgendwie den Skacks verabreichen Dass wir Skackgalle kriegen Und mit Skackgalle können wir die Bombe so veredeln, dass dieses seltsame Material, aus dem der Tresor gebaut ist, verätzt wird und dann offen ist Sehr gut Und dann am Ende wieder einen total unbefriedigenden Schatz dafür zu kriegen Ich weiß gar nicht, ist das momentan eine banale Mission oder ist das schon irgendwie eine normale? Was ist denn das für ein Vieh? Hast du das schon mal gesehen? Was ist denn da? Eine Laborrate da Eine Laborrate mit einem so langen Arm? Ja, ja Also ich hab da jetzt eben schon vier, fünf von platt gemacht Okay, dann sind sie mir wahrscheinlich nicht aufgefallen Was ist das für einer? Das ist Mad Dog Oh Mad Dog hat so eine Hypnosescheibe vorne drin Ah ja Tatsächlich Gut, sowohl dazu Das ist immer das Dynamit Wir haben alles, was wir für den Bauer der Gallenbombe brauchen Wirf die Bombe vor einem Streckbau auf den Boden Sprengstoff, Max Und das wird bestimmt lustig Oh, das ist eine Sheriff Eine weibliche Sheriffin So, wo soll ich das vor der Bank hinschmeißen, oder? Ach, der Mad Dog Ist der hier Ist der bei dir auch so komisch eingefroren? Ja, oder? Ich komme Ich komme Also mir steht der hier so Ja Wieder Bewegung eingefroren Ich weiß nicht, ob das so sein soll Auf jeden Fall dreht sich vorne halt seine Tatsächlich seine Hypnosescheibe Welcome to the Twilight Zone Das erinnert mich an die Big Bang Folge Wo Sheldon aus der Doppler-Effekt geht Und es niemand erkennt Super So, dann wird er zurück Yep Warte mal Geht's richtig zur Bank, oder geht's das mal? Ich platziere die Bombe Ah ja, jetzt geht das mal woanders hin Oh, was ist das hier? Und was ist vor allen Dingen das hier? Homing Grenade Guck mal, hier ist auch irgendwas Einer meiner Slaps hat einen Zünder für den Bombenwagen vorbereitet Du musst da hin, bevor der Zug losfährt Ich erzähl dir jetzt was über Brick Wir schnappten ihn beim Fall von New Haven Er hat seine Freunde nie verraten Aber sein Hündchen So ein kleines braunes Fellknäuel Als ich meine Hände um seinen Hals gelegt hatte Drehte Brick durch Man hörte das Genick kaum brechen So laut hat Brick geschluchzt Ich meine wirklich geschluchzt wie ein Baby Die ist nicht so sympathisch Auf den ersten Blick Die Sheriff-Tante Aber das sind glaube ich tatsächlich zwei Parallele-Quests, die wir gerade gemacht haben Das mit diesem Zug Den man da gerade platziert hat Das war was anderes Ich habe ja gerade so einen kleinen Wagen Also diesen kleinen Wagen losgeschickt Und Dagegen plötzlich eine andere Quest los Aber wir werden das ja mitbekommen In meinem Kopf vermischt sich das alles Zu einer konsistenten Geschichte Das ist hier immer noch Star Wars, oder? Ja, das ist halt Episode 14 Achso Das war eklig Sag mal, mach das Ne, doch nicht Ich sagte gerade, meine Waffe würde dafür sorgen Dass die Leute so in der Luft stehen bleiben Wenn sie getötet werden Dabei fielen die nur so komisch um Danke nicht mir Danke den 100 Erfahrungspunkten Die ich da verkriege Oh, was ist das hier für ein komisches Irgendwas zu bohren Hoffentlich läuft er da durch Ich laufe da durch Ja Kommt alle hier durch Kommt genau hier auf mich zu Komm, 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 komm Komm, 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 komm Na komm schon Schöner Slackrider Da kann man nicht schnell genug durchlaufen, oder? Also wenn man sie ja durchlocken wollen würde Ne, 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 würde ich nicht versuchen Die sind zu schlau dafür Ne, ne Wo ist denn mein Geschütz? Weil ich muss ihn zu der Hände stellen So stirbt der nicht Die sind gar nicht so leicht Die Gegner hier, oder? Kein Wunsch Du hast Hyperions Auftrag ausgeführt Und dir eine einzigartige Waffe verdient Und bitte komm, wir deine Belohnung abholen So schnell ging das schon mit den, äh, mit den Hyperion Sachen? Ja, vielleicht waren das nicht alle Sachen erfüllen, sondern nur eins von denen Ich glaube, wir hatten das nur dieses 100 Banditen getötet geschafft Sollte mit Schock oder so haben wir doch noch gar nicht irgendwie geholfen Vielleicht ist das aber auch nur eine Falle Vielleicht kriegen wir gar nichts Tolles Würde mich nicht wundern Hier muss jetzt irgendwo was Ah, hier Ich leg mal einen Sprengstoff hin Ne, ich lad nach Jetzt leg Zum Glück fressen und scheißen die Skeks mit einer derselben Öffnung Das dürfte also nicht lange dauern Folge ihm und schnapp dir die Bombe, sobald er sie wieder ausscheißt Oh, voll Hunger habe ich gerade So, da ist die Skek-Bombe Na bitte! Skek-Gallenbombe bereits zur Bankstrengung Klatsch das Ding gegen die Wand der Bank und warte auf das Feuerheil Das sind so gut geholfen, du kleiner Skek Dafür erschieße ich dich Nein Dann machen wir die Bank jetzt noch auf Wo ist es da? Nothing Jetzt kommt man dann hier hinten einmal rum Um quasi von hinten in den Ort wieder reinzukommen Weiß ich nicht Man weiß es Fühlt nicht so aus Hast du mal auf die Karte geschaut? Ja, war das so viel unerkannt Unerentdeckt Lass mal lieber den bekannten Weg zurückgehen Dann geht das nämlich auch schneller Was tust du denn? Ich hatte mich hier mit zu großen Jungs angelegt Wenn du in meine Richtung kriegst dann Mit einem Arm zu groß Ja, dann halt mit der Schotze Danke, tschüss So, dann Wo laufen sie denn nur hin? Ich komme dir entgegen Ich komme dir entgegen Also ich laufe da wieder zurück Achso Alles cool Das ist ganz schön ein großes Gebiet Man könnte theoretisch ein Auto gebrauchen Ich habe noch keine Autostation gesehen Aber es wirkt eher so Als wäre es für zu Fuß laufen gedacht Mit so vielen Siedlungen Geschicklichen Ebenen und so Mit dem Hohen runter Hüpp, hüpp Ja, da waren sie schon fleißig bei Gearbox Das alles zu bauen Und nur für Ein bisschen rumrennen und ballern Ich habe gerade ein 1080 geschafft In der Luft Was ist ein 1080? Also 1080 Grad Drehung Gab es dafür Punkte? Nee Ich bin etwas ein Toil Das gibt es ja erst im Tony Hawk's DLC Ja Das habe ich übrigens auch noch nicht gespielt Obwohl ich das eigentlich unbedingt machen wollte Was? Das Tony Hawk HD Ich habe es mal runtergeladen Auf Xbox Live Ja Und zwei Tage später wird er gelöscht Aber ich hatte es dann nicht gespielt Aber zu Anstrengen Go Marktwirtschaft Go Marktwirtschaft So Jetzt haben wir eine Bombe Oh Die Lunte brennt Ja, der Marshal Nächster Level Ich bin tatsächlich ein Level aufgestiegen Von dem ganzen Quatsch Ich auch klein Und jetzt Und jetzt Und jetzt Money, money, money Achso Das ist gar kein echtes Geld Das ist Beutegeld Das macht Spaß Ich wollte gerade sagen, es ist total fummelig Schneller Wir haben keine Zeit Die Polypen kommen gleich Die grüne Minna Die Rennleitung Da ist noch einer, oder? Hast du die Kohle? Dann verschwinde aus der Stadt Bevor der Sheriff ihre Leute auf dich hetzt Da pfeift irgendwas Das ist nicht gut Wir können doch erst noch nicht verschwinden Kommt da ein Zug? Ne Klang so Doch, da kommt ein Zug Aus dem Weg Züge sind immer gut Ach, welchem Spiel war denn das Wo wir so ewig nach dem Zug gesucht haben? Warte, ich glaube das war Warte, war es nicht auch hier? Ne, ich glaube das war Im Entwickler-Let's Play Mit den Landwirtschaftssimulator-Leuten Hübscher Bankraub Da will ich mich mal nicht lumpen lassen Jungs, hinterher Jetzt versteckt das Geld Sonst hören die Männer des Sheriffs nie auf dich zu suchen Such ein geeignetes Versteck Und meine Jungs holen es später ab Keine Sorge Wenn alles vorüber ist Zahl ich dir sogar mehr Als du aus der Bank geholt hast Wie soll das gehen? Ich habe schon mal das erste versteckt Muss man das denn verstecken? Jaja, also Da war so ein Loch Wo man es verbuttern konnte Beschäftigst du da unten die Kinder? Ja, voll absichtlich Dann versuche ich mal hier Schnell noch das Geld zu verstecken Da ist das nächste Loch Und gestopft Oh Gott Oh Gott Was ist das denn? Was? Was war da los? Hier oben ist alles rot Guck mal Gottes Willen Na gut, da komme ich nicht weiter Ich halte durch Ja, da komme ich nicht raus Alter, Alter Ich kann die nicht sehen Nein, sind wir irgendwie anders hochgehoben Sorry Ja, das war's So, das sind meine neuen Granaten Wahrscheinlich wir was die machen Boah Alter, was ist denn die für ein Sprengradius? Okay Bringt trotzdem nix Es hat nichts sollen sein Hoffentlich bin ich jetzt nicht so weit weg von dir Wir hätten wahrscheinlich das verstecken müssen Bevor der Trupp des Sheriffs anrückt, oder? Ich glaube, das schafft man nicht Ich bin ja auch durchgerannt Und es hat nicht gereicht Aber ich muss nur noch quasi eins verstecken Und ich schmeiß mal mein Geschütz hier Vor die Nase Vielleicht kümmert sich das da rum Ups Bin auch runtergefallen Die verschießen so eine komische Bombe So, Moment mal Das Ding macht gar nichts Ist so geil, dass der gepanzerte Skags hat Oder die, Sheriff Sheriff-Dame Rutschen da alle Ablage runter Einen Abhang runter Yes Das war das Geschütz gewesen, oder? Was die oben alle kaputt gemacht hat Ja, ja, bestimmt Ja, doch, stimmt Das war echt ein Geschütz Ja, das hatte ich auch gleich hingestellt In den Tunnel rein, oder? Und da verstecken Ja Und dann haben wir den Banküberfall geschafft Hoffe ich zumindest Seitdem du versuchst, mich jetzt zu hintergehen Dann knall ich dich ab So Verbuddelt Aber es ist tatsächlich ein Kreis, die Map Hier hinten geht es ja dann wieder zusammen Ja Damit schließt sich auch dieser Kreis Und wir machen in der nächsten Folge einen neuen auf Bis dann Tschüss Bis dann Tschüss Vielen Dank.